Krasser Typ, ohne Witz Unglaublich Oh Mann Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was ist denn los mit dir, Junge? Hm Unglaublich Un-fucking-fassbar Na, wenigstens haben wir hier schon 30 Punkte Na ja Ähm, nimm, 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 nimm Es gibt doch... Ähm, Mist, wir müssten jetzt erstmal... Erstmal müssten wir jetzt eigentlich wieder irgendwie... Wir kriegen dann ihr Leben zurück, indem wir mal schlafen können Oder arbeiten Oder arbeiten Äh, gehen wir arbeiten Nein, Ultimate-Fall mache ich jetzt nicht gleich wieder So, komm, 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 ja, ja Ja, sehr gut Zack So, das ist alles in einem Kühlschrank, ist mir egal Kühlschrank voll Und was ist jetzt? Ich mache keinen Ultimate-Kampf, kannst du vergessen Ultimate-Kämpfe kannst du vergessen Mache ich jetzt nicht Schlafen Schlafen Wann ist denn der Kampf? Morgen So, reicht Die Sonne ist Frühstück Zack Jawohl Komm, noch eine Pizza und noch ein Ding Das war jetzt zu viel Naja Na ja Ich hab's ja Eigentlich ja nicht Eigentlich haben wir mir überhaupt nichts Junge Was bräuchte ich noch? Eigentlich bräuchte ich das ja auch noch Eigentlich 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 Aber halt wirklich auch nur Eigentlich Ich könnte jetzt auch zu Silver hinren Silver? Hallo? So Handpads Komm auf geht's Zack Bam 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 Win Zwei Pizzen Zwei Pizzen Das ist halt mega mühselig so ne Übungskampf 20 Blass Genug für Leute, komm morgen wieder Ist das dein Ernst? Ich kann nur einmal trainieren am Tag mit dem Nääääh Näääh Ja langweilig Ich wollt hier zur Bar gehen ne Hier kann man doch Jetzt passen wir auf Testen dann können Boah ich glaube aber hier kriegen wir Krass aufs Maul Ja 3 2 2 das geht ja noch Bill's Barg Guck mal 3 2 2 ist in Ordnung Einfach Schlägereifen der Bau Musterlos Krass Klasse Klasse Der nutzt das Klasse Aber Auf dem Asphalt Aufschlagen das tut aber bestimmt auch weh Komm einfach drauf Den schaffen wir ja bitte wohl so Komm einmal noch Zack komm gib ihm Bam Einmal noch Eieieiei Danke Jawohl Sehr schön Sehr schön Teste dann können Ne Vielleicht Reicht erstmal Ach jetzt könnte man den Weg des Tigers vorausschalten ne Genau Komm wir schalten zum Weg des Tigers vorausschalten Ne Komm wir schalten zum Weg des Tigers vorausschalten Karate High Kick So das Kamerolz lernen Schnell die Aktion erhöht die Wahrscheinlichkeit dass du Angriff in der Feuerwehr ausweist erhöht auch deinen Energieverbrauch erhöht aber auch deinen Energieverbrauch Nicht schön Ach guck Das könnte ich jetzt auch gleich lernen Sehr gut Ich will aber trotzdem Boah das sind 27 Punkte wo ich da brauche Krass Einmal arbeiten bitte Ja Ist in Ordnung Trotzdem einmal arbeiten bitte So schnell nach Hause Zack Wim Bus wird nicht fahren Wim Bus wird nicht fahren So und 4-4-4 dürfte aufreichen Wieder gegen nen Lenny Alter Alter Jetzt wirds dann echt dämlich so langsam Ja und wieso gebe ich ihm jetzt so drauf? Das gehts doch nicht Der hat doch auch immer die gleichen Skills dabei Ne jetzt gibts er mehr wieder Ne Ich ihm noch Warum jetzt Warum jetzt? Warum nicht vorher? Dann hätte ich jetzt mal wieder aussetzen können Ein paar Dinger Ich hätte einfach mal trainieren können wieder Wahnsinn Guck Guck Und jetzt machen wir ihn wieder kalt Ganz schnell Warum? Jetzt sind wir wieder Platz 7 Ach komm Ne Das setzen wir jetzt einfach mal ein bisschen aus Und ich würde jetzt gerne einen Übungskampf mit dir machen Ähm Silber Warum genug für heute? Halt doch's Maul! Was ist mit dem? Boah Junge Wir bräuchten immer noch dieses Ähm Wegen Jun bräuchten wir immer noch Jetzt sollen wir uns jetzt kommen Jetzt gehen wir arbeiten So nachlässig mal das Training einfach wieder Ist mir egal jetzt Ohne Witz Jetzt müssen wir halt schlaufen ne Mist Ja gut Geben wir schnell heim Mhhh Futter mal schnell was Kannst du schnell pennen gehen Ne 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 ich melde mich jetzt nicht an Ich mache jetzt auch keinen Kampf Und nix Weil Reicht ja irgendwann auch wieder ne Ja So läuft man Reicht Jetzt haben wir uns ein Steak rein Zack Neue Cola hinterher Jawoll Arbeiten Auf geht's Jawoll Ich weiß aber gar nicht auswendig Ich glaub da brauchen wir 2,50 dafür Könnte ich mir jetzt Ähm Vorstellen So jetzt gehen wir einfach noch einmal Ist ja egal Wurst So Sport Sportgeschäft 2,98 ne Jetzt gehen wir zum Meister Proper Klingt schon Klingt schon Okay Nachhause Blatt futtern Pennen So 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 Hm Nein Was wäre denn jetzt auf der anderen Seite auch sinnvoll Wäre Wäre jetzt so zu überlegen auch Wär jetzt so zu überlegen auch Wirklich was mit ihr jetzt zu machen Das mit ihr wieder laufen Das bringt auf jeden Fall die Spaß wieder nach oben Wir müssen dann bloß wieder die Herzchen bitte kommen Wir müssen dann bloß wieder die Herzchen bitte kommen Boah wer hat das mir amitzen Hallo Ah Blatt 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 So Verliebt Hey Roy Du Alter Roy überholt Blatt Doch Blatt 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 Es blatt 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 Welcome! Auf geht's! Und los! Auf geht's, Kumpel! Los! Jawoll! Jawoll! Krasser Typ der, Roy! Das ist doch krass, da steht der dort und die... Finde, finde ich cool! Alter, das klingt falsch! Bitte! Bitte nicht! Das klingt falsch! Das klingt falsch! Okay, krass! Danke, Roy! Ähm... Silver, du... ...reudiger Hund! Ei! Weit! Wir geben's aber Silver auch ganz gut! Weit! Oh! Oh! Was ist da denn los? Krass! Hoho! Da guckst du selber, ne? Du... Mädchen! Krass! Den muss er jetzt wohl geben! Äh... Wieso haben wir schon wieder kein Essen mehr? Alles krass, echt! 188! Auf jeden Fall, mein Freund! Zack! Zack! So! Ähm... Ah, cool! Wann kann ich ihn... Anmeldebeginn morgen? Ach, derzeitig gehört auch noch 6! Krass! Ohne dass ich irgendwas mach! Naja! So... Bam Bam! So... Im Prinzip... Jetzt könnten wir eigentlich nochmal zu Silver gehen! Na, ich habe aber keine Kohle, ne? Ist jetzt ein Problem! Einmal kurz arbeiten... Einmal kurz arbeiten... Dann gehen wir nochmal zu Silver... ...und hauen Silver nochmal eine auf die Fresse! Ja, stopp! Hallo! Muckibude! Muck, ich sehe uns die Servo auf die Bretter! Ich will das halt haben. Weil das gefällt mir nicht. Auf geht's, jawohl. Da wird's 14. Ne, will ich nicht. Ich will mich da nicht anmelden, wenn ich ehrlich bin. Will ich echt, will ich einfach nicht. So, nach Hause. Ich freu mich auf, wann endlich einmal dieses Camp da kommt, das wir schon mal gesehen haben. Hm. Das freu ich mich auch. Hm. Bitter, jetzt hat der Hunger. Wir haben aber auch nichts mehr zum Essen. Äh, äh, Supermarkt? Gut. Ähm... Hm. Hm, drei Pizzen. Ähm... Was wollte ich jetzt machen? Was geht's noch da eigentlich? Äh, Mick? Hallo? Spiel? Spiel? Oh, was muss ich denn? Ich weiß noch so, wie du tust, glaube ich. Das ist eine Glocke. Wie die meisten Leute sehen... Sehen nicht dumm aus bevor sie den Mund aufnehmen. Ich weiß einfach mal, dass ich bereitsiin mit mir abnehmen kann. Hä? Ich bin schon wieder weg. Kann ich eigentlich mit dem noch irgendwie was großartig reden? Nein. Nein. Nein, das andere Mal, das war schon so auf der Kippe. So gut, das war's dann wieder für heute. War jetzt mal bloß eine kurze Aufnahme, aber ich muss jetzt leider weiter. Leider weiter. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao.